Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Three Houses. Im letzten Part haben wir die Festungsstadt Arian Road zwar einnehmen können, aber kurz darauf sind dann irgendwelche Lichtsperre oder sowas vom Himmel runtergekommen, die dann explodiert sind und die gesamte Stadt ausgelöscht haben. Und vielleicht, anscheinend, hat dieser komische Herzog Arundl oder wie der heißt damit was zu tun. Keine Ahnung, mal gucken, was gleich die anderen Schüler dazu zu sagen haben. Betest du wieder? Wofür betest du? Wahrscheinlich für die Leute in Arian Road. Ich frage mal trotzdem. Ah, oder für uns. Okay, finde ich besser. Habe ich nicht vor. Habe ich nicht vor. Als das Kingdom Capital fällt, werden alle von Bodlen unter der Banner des Empires beherrscht. Ist das nicht so, dass wir siegreich sind? Und es sei denn, wir verlieren, bewahre Ruhe und konzentriere dich auf den Kampf. Ja, das auf jeden Fall nicht. Ähm. Nimm mal das hier vielleicht. Das untere klingt auch ein bisschen fies irgendwie. Nimm mal das. Nimm mal das. Ja, ich glaube, das ist wahr. Unsere Opponenten sind vielleicht stark, aber mit dir auf unserer Seite, können wir es nicht verlieren. Okay. Hm. Persönlich nehme ich keine Probleme mit der Atacke, Lady Rhea. Aber die Egerheit von meinen fellowen Nobeln hat mich verweckt. Außer so vielen großen Ausbildungen von ihnen in der Vergangenheit. Es gibt die Impression, dass die Hoffnung etwas mehr als eine Art, die sie benutzen, um ihre Positionen von Kraft zu behalten. Du bist vom Adel enttäuscht. Ist Religion also überflüssig? Äh. Hm. Das ist beide schwierig. Das obere würde ich eigentlich ungern nehmen wollen, weil er ja auch viel auf den Adel hält. Hm. Aber vielleicht hat er seine Meinung geändert? Weil das untere, ich weiß nicht, das untere... Hm. Nimm mal das. Ich glaube, ich bin in keinem Position, um sie zu beantworten, um sie zu sein, ich selbst zu sein. Aber es irritiert mich. Was ist ein Nobels' Beugnis? Wahrscheinlich. Ich hoffe, wir werden eine Antwort in der Konflikt vorbeigehen. Okay. Auf zur Königlichen Hauptstadt gehen wir. Hm. Ich fühle mich, dass ich das schon vorher gesagt habe. Ja. Okay. Ich bin auf und bereit, um zu gehen. Ferdiad. Das Königliche Kapital. Von der Empires Perspektive, scheint es sich wie der nordrheinste Öl der Welt. Ich habe einen langen Weg, dich und Edelgard zu folgen. Um zu denken, was, wenn ich Duke Iyer als Prime Minister erzielt hätte. Ich hätte nie alle diese Erfahrungen gehabt. Du bist wirklich erwachsen geworden. Du wirst stets ein Adliger sein, durch und durch. Boah, das ist schwer. Das ist ja beides ein... Das obere ist noch mehr ein Lob, aber das untere ist speziell für ihn ein Lob. Irgendwie. Ähm. Hm. Ich hoffe, das ist wahr. Ich war so naiv. Für heute, lasst uns zusammen zusammen und gehen auf den Weg, die ihre Majestin leistet. Okay. Claude war der Master-Taktiker. Es gab keine Situation, wo er seinen Weg raus konnte. Während der King Dimitri der Tempest-Krug. Er ist eine Kraft, die auf der Kampfkrieg erzeugt werden. Wir haben ihn noch nie wieder aufgerollt. Können wir das tun? Das können wir. Ich werde dafür sorgen. Ähm. Er ist ja dasselbe fast. Das können wir. Gemeinsam. Ja, natürlich können wir. Ich bin sorry. Ich lasse meine Unwahrheit die bessere von mir. Wir haben dich. Und wir haben Edelgard. Nicht zu sagen, dass wir viele andere Alliere, die wir auf die Hand geliehen können. Zusammen. Wir können sogar die größte Feuze übernommen. Das wundern mich, dass da jetzt das andere anscheinend besser gewesen wäre. Aber okay. Ja, du kannst stolz auf dich sein. Diese Frage kannst du nur du selbst beantworten. Das ist auch nicht so eindeutig. Das obere ist natürlich irgendwie etwas klarer, einfach ein Lob. Das hier ist ja auch so halbem Lob. Aber nicht so ganz. Ich nehme das. Ich habe Gratitude. Ah, what? Ich nehme deine Worte in mein Herz. Brigid Pride, Techniken und Kultur. Ich werde dir all der Welt zeigen, wer wir sind. Das ist voll schwer jetzt. Was zum Teufel. Greetings, Professor. Nothing to report. Greetings, Professor. Nothing to report. The time has finally come to set out for the Kingdom capital. Ferdiad. I thought the same thing last month. But I still can't believe the plan was to ambush Arion Road. I know it couldn't be helped, but even I wasn't allowed to let in on the secret. Me. Not gonna lie? That hurt a little. Oh, well. Let's forget about that. I pray for your victory and your safe return. If we win this battle, it will be an end to the kingdom and to the church. Under the empire an end of peace would begin. Many people are leaving to this notion, but I wonder if it would really end up as such. that will be an end of peace. That will be it. It's hard to say. That's also harder. In many other conversations, on this day at least, it was so, that I could not that whole positive but that whole positive. But that whole positive. But I find it it's even better. So viel Resolve. Es ist überzeugend, um es zu sagen. Ich frage mich, ob der Kollaps von Arian Road wirklich die Kirche macht? Oder könnte es so sein? Hm. Keine Ahnung. Ich denke nur laut. Ich kann mir nicht ganz sicher sein. Ich darf nicht das aller Positivste nehmen. Keine Ahnung. Ich bin sicher, dass mein Vater in Ferdiad wartet wird. Wenn ich es zu vermeiden kann, würde ich lieber ihn nicht kämpfen. Aber ich glaube nicht, dass mein Vater die Räule Familie beträgt. Dem beträgt Dimitri. Ich muss bereit sein, was ich muss. Ich zähle auf dich. Sei nicht zu hart zu dir. Es sind aber auch schwierige Entscheidungen heute. Ähm... Ich nehme jetzt mal... Das ist wieder das ein bisschen Positivere. Ich nehme das. Ich bin okay. Ich stehe trotzdem bei meiner Entscheidung, um dir zu vertrauen. Professor? Lass uns sicher, dass wir gewinnen. Aber das ist ja trotzdem immer sehr positiv, wie die Gespräche verlaufen. Aber irgendwie steigt trotzdem die Unterstützung nicht. Ich meine, das ist mir jetzt bei Annette auch egal. Äh, aber trotzdem. Das ärgert mich ein bisschen, dass ich mich da heute so schlecht anstelle. Naja. 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 Na. Naja. Ich bin mir übrigens selbst nicht ganz sicher. Das ist jetzt Mal wieder. Naja. Ne. Naja. Dankeschön. Tanja. ArmewellerKO! gegen die Kirche, Noaess. Ja, natürlich. Selbst wenn unser Enem ist Lady Rhea herself, bin ich bereit, zu kämpfen. Die Idee, die Rhea zu schützen, beginnt, sich mehr als eine Realität zu fühlen. Manche sagen, dass ich ihr Goodwill mit Betreuung zurückgebegebe. Aber ich glaube, dass ich aus meiner Geld gearbeitet habe. Das echte Problem ist ein bestimmtes jemand anderes. Ja, genau, ja. Ich habe sie nicht gesehen, seitdem ich die Nacht verlassen habe. Ich kann sie kommen, um mich zu schlauern. Drei mit ihren Emotionen von Liebe und Schmerz. Wir sind fast in die Kapitel von Ferdiad. Nur imagine, die Kriege wird fast vorbei. Aber ist es wahr, dass die Arianrhoade annihiliert wurde? Was in der Welt passiert? Und was ist die Saros-Kurche wirklich? Entschuldigung. Ich habe immer und werde immer. Dieses Monat nehmen wir all die militärische Kraft, die wir mitnehmen können, und in die Königkeitskapitale von Ferdiad. Ich habe keine Intention, nach Gerig-Marc zu retten, nachdem wir so weit gekommen sind. Wir werden nur zurück, nachdem wir Ferdiad von Ferdiad haben und ein Ende zu diesem Krieg haben. Seid sicher, dein Herz zu holen und sich bereit für die Krieg vor. Ähm, ich werde alles geben, hört sich so an, als würde man es, selbst wenn man alles gibt, es trotzdem nicht schaffen können. Zu allem bereit könnte man auch irgendwie missinterpretieren. Das ist sehr schwierig. Ähm... Ich werde alles geben. Nimm trotzdem das. Entschuldigung. Entschuldigung. Aber bitte schau nach unseren Alliierten auch. Okay. Auf keinen Fall. Du aber auch nicht. Äh... Ist auch wieder schwierig. Das. Ich werde nicht planen. Hm. Wenn du noch immer wieder жив bist, wenn das alles vorbei ist, dann habe ich meine Worte zu Kapitän Gerald gehalten. Lass uns beide leben, um die Sonne von einer blöden Neu-Age zu sehen. Professor, mindest du, wenn ich etwas über etwas klinge? Na, persönlich? Natürlich nicht. Diese Armee sind fast alle einigen Männer. Wenn dieser Maritalstatus vorhin oder während der Krieg kam, würde ich nicht sagen. Der Punkt ist, ich bin in charge der Infirmary. Ich trete hunderten Männer, jede Woche. Ich spreche mit allen anderen Männern. Von allen Gehörern des Lebens. All der Zeit. Und trotzdem... Ähm... Ich weiß nicht, ob sie wirklich heiraten will. Eine Beziehung, wie sie halt haben. Nein! Nicht einer dieser Männer ist mit ihren Beziehungen infatuiert. Ist das nicht in der Kriegzeit passiert? An diesem Punkt... Du bist der einzige Mann, der mir auf mich betrifft. Ich glaube, ich muss das, was ich bekommen kann. Wenn Edelgaard first invited me to join this army, ich... Ich bin ehrlich, ich fand, dass sie ihr Traum wirklich ridiculous ist. Aber in meiner Änderung, ich war empfunden, mit der notion, zu schenken, ein scheinbar unmögliches Traum durch Blut, Sweat und Tränen. Fünf Jahre weiter, die Unifizierung von Fodlan wird langsam eine Realität. Jetzt fühle ich, dass es bald möglich ist, die Neubilität zu erfolgen und eine Welt, in der niemanden zu kämpfen muss, wegen der Kräste. Du musst nichts sagen. Ich bleibe bei deiner Seite und sie bis zum Ende. Wenn du darüber nachdenkst, als man zum Ende einer Krieg kommt, werden die Veränderungen nur größer, nicht wahr? Der gewinnende Seite muss seine Macht und versucht, einen entscheidenden Blut zu schreiten, während die, der gewinnende Seite machen, dass die Krieg in ihre Worte zu schreiten. Einer Seite wird es geben. Ich wünsche nur, dass wir diejenigen, die ihre Leben in dieser Struggle verlieren würden. Ich glaube Ash nicht. Ansonsten, ich glaube alle anderen außer Ash hatten eine Antwort, immer Antwortmöglichkeiten. Und sogar meistens drei, wie jetzt hier. Und das ist jetzt super schwierig. Ein notwendiges Opfer, würde ich Linhardt gegenüber zumindest nicht sagen. Das ist halt allgemein so, diese philosophische Frage, ob der Zweck die Mittel heiligt und sowas. Kommt immer auf die Situation an, würde ich sagen. Ähm. Das hier ist zu pessimistisch halt, finde ich. Und das hier würde, glaube ich, Linhardt nicht gefallen. Das hier ist halt die logisch der Antwort. Und das würde ihm gefallen, glaube ich. Ich kann das verstehen, aber nur weil eine Wahl besser ist, bedeutet das nicht, dass es gut ist. Ja, schon. Aber wenn die andere Möglichkeit schlechter ist, dann ist sie ja nicht besser, ne? Also wenn man die Wahl hat zwischen zwei Möglichkeiten und die eine ist besser als die andere, sollte man die bessere nehmen. Die mögen beide schlecht sein, wenn es halt keine dritte Antwort gibt unter der Voraussetzung. Wenn es keine dritte Möglichkeit gibt, es gibt nur diese beiden, und eine ist besser als die andere, sollte man die bessere nehmen. Auch wenn die auch schlecht ist, ist aber noch besser als die noch schlechter. Aber okay. Und wir haben sogar jetzt gerade eben schon ein Gespräch freigespielt, nämlich zwischen Byleth und Ferdinand, und das hören wir uns gleich mal an. Dürfte dann der A-Rang sein. Hmm. What an interesting way of looking at life. Ah, it is you. Just at the right time. Du lernst noch so spät? Gerade recht? There is something I wanted to discuss. Something about you. I am starting to believe, that you are a true hero. You hold the lost crest, you wield the sword of the creator, and you lead everyone in battle against great enemies. Not only that, but you are a strategist. You stand alongside rulers, supporting them, advising them. You look at the same thing. You look at the same thing. I am not exaggerating, but everything I said is true. I have been reading about the history of Fargus, you know. The kingdom's founder, Luke, the king of lions, had two advisors. One of them was Pan, the undesiring strategist. According to historical records, Pan wanted nothing for himself. He devoted himself entirely to Luke. He had tremendous power, but he never seemed concerned about his legacy. So in the old chronicles, there is hardly any mention of Pan's deeds. All that we know is that he helped Luke, his friend and leader. It is not surprising that you have never heard of him. I did not even know his name until recently. But when I watch how you conduct yourself, I feel that I am seeing the unknown deeds of Pan. It is only a thought, of course, but it makes me feel rather happy. Even if it is not in the pages of a history book, a life can be full of achievement. I know that I will never be greater than Edelgard. She will always surpass me. I am what I am. Like you and this undesiring strategist. I will do what I am called to do. Even if no mark of me remains in the history books. Very good idea. I will give you my activities to eat. Because not all of my students have motivation. And I will probably cook the bullpen for more speed. I think I will do that now. Yeah. So, cooked and cooked have I already. And I have also a little special training for the Serang with Byleth. And I will get the hang of this. So. 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 What I am, is like. So, how are we doing that? Oh, this is good. Is that is, Petra? Sie spricht mit einigen Kindern. Unsere Beobachtung hat heute eine großartige Erfolg. Du bist großartig, Frau. Hast du wirklich alle diese Böden? Wie hast du sogar so gut in Beobachtung? Willst du wissen die segreste? Ja, bitte! Teach uns! Teach uns! Hey, Petra! Was hast du gerade gesagt? Ich wurde gefragt, die segreste von meinem Beobachtung. Oh, warte. Willst du versuchen... Training ist das wichtigste für Beobachtung. Du kannst mit... Brecken die Eis! Huh? Warte, ich glaube, du hast gesagt, Brecken die Eis. Du hast sicher etwas gemacht. Haha. Haha. Huh? Ha! Ahem. Ahem. Was ich bedeutet war... Diese Technik war eine unglaubliche Sache. Du bist der größte Genie in all of Fodland. Haha. Ich weiß nicht, ob ich würde sagen, Genie, per se. Ich verstehe nicht wirklich was sie sagen. Aber es sieht, wie die Frau hat Spaß gemacht. Ja. Sie ist, äh... eine ziemlich lustige Frau. Ich wurde eine lustige Frau. Es ist alles wegen Ihrer Arbeit, Alois. Sie sind eher schockiert, als schockiert. Ich will noch mehr Veränderungen. Und... Ich wünsche dir, dass ich mich all den Tag instructieren. Willst du eine grüne, Professor Alois? Petra scheint sich in eine... wunderschöne Richtung zu gehen. Aber es ist ihre Wahl. Sie beginnt zu erzählen, viele schlechte Spiele zu erzählen. Ich hoffe, dass die Leute von Brigitte nicht nach mir nachher kommen. Das ist nicht meine Schuld. Beenden. Die Erkundung. Äh... Und weitermachen mit dem Monat. Ja. Tun wir. Okay. Jetzt erstmal wieder Lektionen. Äh... Stimmt. Da würde mich sogar auch mal eine Sache interessieren. Das habe ich ja auch noch nie gemacht bisher. Ich... Ich will da noch mal ganz gerne alles einmal austesten. Ich will da auch noch einmal mich einfach ausruhen. An einem Sonntag, um zu sehen, was da passiert. Weil jetzt am Ende kann ich eh nicht mehr so viele Sachen machen. Kämpfen und sowas rentiert sich ja nicht mehr. Seminare haben sich noch nie rentiert. Haha. Und nochmal Erkunden bringt auch nicht so viel. Und mich würde auch mal interessieren, was jetzt genau passiert, wenn ich automatisch mache. Das würde ich mal herausfinden. Deswegen, ich mache es jetzt mal einmalig. Ich hoffe, das ist okay. Okay. Da kann ich gar keine Lektionen machen. Nee, doch gar nicht schon. Also die Lektionen. Genau. Sieben habe ich ja zur Auswahl. Diese Lektionen habe ich gemacht. Quasi. Okay. Das waren glaube ich einfach die, wahrscheinlich die ich als erstes Ziel ausgewählt habe. Für eine Einheit. Und da wurden halt einfach die ersten sieben von oben wahrscheinlich genommen. Oder irgendwelche zufälligen. Oder so. Keine Ahnung. Also ja, ist nicht so sinnvoll. Das, ich meine, wenn man halt einfach schnell durch will und man hat halt keine Lust mehr drauf, dann kann ich schon verstehen... Das muss ich aber immer noch fragen. Okay. Ähm. Aber sollte man schon selber irgendwie drauf gucken, dass man äh, Sachen erhöht, wo halt es auch kurz davor ist, äh, dass man da eine neue Fähigkeit erlernen kann oder sowas. Aber gut. Den Dom in diesem Zustand zu sehen, kann der Göttin nicht gefallen. Wenn dieser Krieg vorbei ist, möchte ich diesen Ort noch schöner und angenehmer gestalten als jemals zuvor. Wir sollten ein großes Deckenfresko mal... Deckenbild halt, oder? Wahrscheinlich. Pflanzen wir Blumen um den Dom herum? Der jetzige Zustand hat seinen ganz eigenen Charme. Äh, ne, das nicht. Ich weiß nicht genau, ob sie so sehr einen grünen Daumen hat. Ich glaube eigentlich nicht. Ähm. Das wirkt halt sehr pompös, immer sowas. So ein schönes Deckengemälde. Hier mal das. Bin mir jetzt aber unsicher. Hm. Das might work. Okay, das war die mittelgute Antwort. Hm. Was wär jetzt die gute gewesen? Trotz mit dem Pflanzen? Vielleicht. Ingrid übrigens. Pflanzen und Autorität und sie will lanzen und flug um... Ja, du bist schon ein Falkenritter. Ruhig bleiben. Und fliegen lernst du sowieso weiterhin, aber Autorität ist nie verkehrt. Deswegen, das lassen wir so. So. Gruppenaufgabe wurde die gleich gelassen. Übrigens. Oder wurde die angepasst? Auch. Das war ja auch automatisch. Ja. Okay, gleich. Lass uns das. Wir werden überhaupt keine Zeit nehmen. Wir werden einfach keine auswählen. Wir werden einfach keine auswählen. Wir werden einfach keine auswählen. Was? Keine Ahnung. So. Das bringt leider nichts. Bei Lorenz auch nichts. Faust Level 3 schon bei Ignatz? Okay. Das war's auch schon. Nix allzu besonderes. Ja, man sollte es wirklich selber machen. Haben wir jetzt gelernt. So. Und ich will. Und ich will das einmal austesten, was da passiert. Deswegen werde ich mal mich dann ausruhen. Okay, genau. Wir können mal kurz gucken. Das will ich noch kurz wieder anschauen. Vor allem das Schöpferschwert zum Beispiel. Wird ja wieder aufgefüllt anscheinend. Ich glaube um fünf Stück oder sowas. Aber das würde ja hier reichen. Werden die anderen Heronen-Relikte auch aufgefüllt? Bluin zum Beispiel. Das weiß ich gerade nicht genau. Das testen wir jetzt mal. Ah, wird sogar erklärt. Weil ich es noch nie gemacht habe zuvor. Wähle Auswohner aus, um deinem gesamten Haus eine Pause zu gönnen. Und unter anderem die Motivation ansteigen zu lassen. Ach, für alle. Okay. Das ist ja doch gar nicht so schlecht. Es ist schon schlechter als alle anderen Optionen, würde ich sagen. Beim Seminar wird ja die Motivation auch erhöht. Durch das Ausruhen wird sich die Motivation all deiner Verbündeten verbessern. Und das ewige Schwert des Schöpfers wird automatisch repariert. Fortfahren. Ja, wir testen es mal. Yay. Voller Energie. So, kann nun 20 mal verwendet werden. Genau. Okay. Jetzt will ich wieder selber bestimmen. Wir gucken jetzt mal kurz, was es heißt, dass sie voller Energie sind. Ich glaube nicht, dass die Motivation von jedem komplett gefüllt wird. Das wäre sogar ziemlich krass dann. Dann wäre sogar jetzt im Endgame ausruhen fast besser als erkunden. Irgendwie. Weil Dozent-Rang zu erhöhen bringt mir ja auch nichts mehr. Wir schauen mal bei Edelgard zum Beispiel. Okay, es wurde halb aufgefüllt. Ja. Dachte ich mir schon. Das... Aber so schlecht ist ausruhen dann tatsächlich gar nicht mal. Also vor allem halt jetzt zum Ende des Spiels. Also bis zu diesem Zeitpunkt hin sollte man es eigentlich nicht machen davor. Da gibt es immer sinnvollere Sachen. Aber halt jetzt am Ende, wo wir die anderen Optionen auch nicht mehr so viel bringen, ist es gar nicht so verkehrt ausruhen zu machen, finde ich. Das kann man schon mal machen. Also, ne? Ist schon okay. So, ich werde dann wieder kurz aber selber bestimmen und das kurz rausschneiden. Und das war es auch schon wieder. Faust in Autorität und er will Schwert und Vernunft um einen... Ah, er will sogar ein Totenpriester werden. Okay. Ja, das schaffe ich aber halt jetzt zum Ende des Spiels hin glaube ich nicht mehr. Weil er hat ja noch nichts bei Vernunft und man bräuchte da halt... Ich habe mich genau nachgeschaut. Ich denke mal man braucht schon den A-Rang dafür. Und das schaffe ich jetzt einfach nicht mehr. Deswegen bleib jetzt auf Schwertmeister. Wie gesagt, das habe ich ja schon mal erwähnt. Es ist ein bisschen schade, dass ich die Totenpriester-Klasse nicht mehr zeigen kann. Und ich kann auch glaube ich mit keinem meiner... Ich kann mal gucken. Aber ich glaube keiner meiner Schüler kann das Examen schaffen. Weil ich halt niemanden habe, der sowohl bei Vernunft als auch bei Schwer zu viel hat. Ich übert übrigens. Vielleicht schaffe ich es doch noch, aber ist eher unwahrscheinlich ehrlich gesagt. Aber okay. Ich habe ja ansonsten jede andere Klasse so ungefähr gezeigt. Die jetzt halt nicht. Ist hoffentlich okay. So. Ähm. Ähm. Berauschend. Erdig. Der Erdige vielleicht. Oder der Bittere. Bei ihm der Bittere. Ich nehme den Bittere. Ich nehme den Bittere. Wenn du mich hierher besitzt, dann bin ich nicht. Danke. So. Okay. Aber nicht sein Lieblingstee. Na gut. So. Wir reden über Edelgard. Das ist am einfachsten. Aber wird glaube ich nicht jetzt immer auftauchen. Katzen. Ja. Äh. Entspannen in der Sauna oder kürzlich gelesen in Bücher. Das ist so witzig. Die ersten beiden hier. Ja. Es muss eigentlich das sein. Ja. Okay. So. So. Lieblingslüssigkeiten? Knappe Angelegenheiten oder der ideale Magister? Das nicht? Knappe Angelegenheiten könnte sein... Ich nehme der ideale Magister. What? Das... Da will auch irgendwie immer nie jemand drüber reden. Das ist total komisch. Ein guter Ratschlag. Fehler beim Gärtnern oder Verlässlichkeit? Wo? Gärtnern nicht? Ich meine, er ist ja... Ähm... Er gibt ja immer Edelgard gute Ratschläge. Aber er ist halt auch super verlässlich. Ich nehme das. Ja. Okay. Na gut. War in Ordnung. Danke. Das war mehr genutig, als ich dachte. Das freut mich, Hubert. Das freut mich. Okay. Und wisst ihr was? Ich hab mir sogar überlegt... Das wäre gar nicht so dumm, wenn wir jetzt an diesem Sonntag... Ähm... Erstmal die Gruppenaufgabe. Wenn wir jetzt an diesem Sonntag nochmal Ausruhen machen. Das ist echt gar nicht so schlecht. Weil... Die Motivation wird zwar nur um die Hälfte erhöht, aber halt bei allen. Und wir haben halt jetzt viele Schüler mittlerweile, die genau halbe Motivation haben. Oder sogar gar nichts. Und da ist es nicht so schlecht. Also ich meine, ehrlich gesagt, erkunden ist schon eigentlich besser. Weil da kann ich halt im besten Fall bei 20 Schülern, wenn ich 10 mal esse... Bei 20 Schülern... Ah, nice. Die Motivation voll erhöhen. Oder voll machen. Das ist schon besser. Auf jeden Fall. Ähm... Aber Ausruhen geht halt tatsächlich schneller. Und... Zweimal zu erkunden ist halt dann nicht mehr so spannend auch. Wie beim ersten Mal natürlich, weil halt nichts passiert. Und... Oh, Autorität Level 5. Nice. Ich habe noch viel zu lernen. Okay. Deswegen... Ich glaube ich werde jetzt sogar einfach nochmal ausruhen. Haben wir das auch nochmal gemacht. Dann werde ich in diesem Monat wirklich gar nicht kämpfen, weil es halt nicht mehr so viel Sinn hat. Ähm... Werde ich halt jetzt vielleicht sogar wirklich nur noch machen, wenn... Ja... Seht doch mal. 25% haben ausgeruht. Seht doch mal. Ähm... Werde ich halt wirklich nur noch dann vielleicht machen, wenn es halt eine Quest gibt, wo ich halt auch kämpfen muss. Ähm... Oder wenn es irgendeinen anderen Grund gibt, aber sonst eigentlich nicht. Also das ist sogar vielleicht ein bisschen schade an dem Spiel, dass es jetzt zum Ende hin, zumindest auf der Route... Vielleicht auf den anderen anders. Keine Ahnung. Aber zumindest hier auf der L-Route, da ist es halt so, dass es zum Ende hin nicht mehr so viel zu tun gibt. Irgendwie. Und dass ich da sogar jetzt lieber ausruhe. Tatsächlich. Also... Ja. Warte mal. Ich habe nicht nachgeschaut übrigens. Wurden die anderen auch erhöht? Ähm... Nein. Das ist schade. Das ist sehr schade. Ich wünschte, ich könnte es irgendwie machen. Dann... Dass auch Luwin erhöht wird wieder. Aber okay. Aber ja, ich werde ausruhen. Ja. Okay. Ja, vielleicht kommen wir sogar heute dann... Schon zum 29. hin. Oder so. Das mache ich wieder kurz selber. Äh... Vielleicht können wir wirklich den ganzen Monat so ungefähr in einem Part spielen. Das ist schon ziemlich krass. Aber... Warum nicht? Professor. Und das war's auch schon wieder. Nichts Besonderes ist passiert. Irgendwitz schon wieder. Lanzen und Autoritätsfähigkeit und sie will Lanzen und Reisfähigkeit, um zu einer berittenen Klasse zu werden. Du wolltest doch gerade eben noch eine Pegasus-Einheit werden und jetzt noch eine berittene plötzlich? Nee. Ganz ruhig bleiben. Ach man ey. Dass die sich immer nie entscheiden können, meine Schüler. Ähm... Ah, schon wir übrigens. Ja, machen wir. Es ist zehn Jahre alt. Kann ich noch weiter gehen? Hast du mit jemandem geredet? Was machst du hier? Ähm... Hast du? In a sense. Someone who's long since passed. Another mercenary. I thought alongside. They were killed 10 years ago when Dagda was in conflict with the Empire. So all I can focus on lately. Was denkst du warum das so ist? To be honest, I blame you. Okay. I'm just teasing. No, no, it's not your fault. You just remind me of him. You give off a similar error. It's... Uncanny. You even have the same inflection. Which makes no sense, because we only ever spoke Dagdan. I don't know what it is, but you feel the same to me. I guess you just remind me of the past. Please, it's not your fault. It's my fault, for getting caught up in memories. Still, you always remember your first love, right? That's enough of that. There are more relevant topics to discuss. Good question. The world is completely open to me. Your next move seems apparent. But... Who knows where I'll end up. Though I may have done enough traveling for one lifetime. I like the idea of having a permanent home. And after all my time here... I've grown quite fond of Fodlan. But then we can really close the monat. Amazing, Niddle. So. And I actually even had a planned time. So, I don't want to know. But one more time to discover, that doesn't really bring anything to do. And, we don't want to know. I don't want to do anything. So, I think I'll just do another seminar. I think I'll just do another seminar. So, because, for some point, it's also a problem. It's difficult, new abilities to get. Because it lasts longer time, to get to a new range. From E to D to get to get faster than from B to A. Einen Schritt bevor der nächste Schritt. Der die Kraft erhöht. Plus 14. Das ist schon ziemlich gut. Das ist das Doppelte von Helmspalter einfach mal. Ja, aber so gut ist es doch nicht. Ich treffe auch nicht so wahrscheinlich damit. Ich meine, Kampftechniken sind ja, vor allem für Petra ist es halt nicht so gut. Für jemand anderen vielleicht schon. Aber sie ist halt ultra schnell. Und sie greift halt eh fast immer doppelt an. Deswegen in ihrem Fall sollte ich halt, wie ich auch das gemacht habe, sollte ich, wenn dann, Kampftechniken benutzen, die irgendeinen Special-Effekt haben. Die Effektivitäten haben oder sowas. Aber einfach eine normale Kampftechnik zu machen, die nur stärker wird, ist nicht so sinnvoll für sie. Weil sie halt nicht doppelt angreifen darf dadurch. Und wenn ich auch keinen Effektivitätsvorteil habe, ist es nicht so gut. Also, werde ich dann sogar ihr nicht geben wahrscheinlich. Schade. Aber okay. So, dann machen wir jetzt mal ein Seminar eben noch, würde ich sagen. Ich will wieder... Beim letzten Mal habe ich ja bei Mary End, glaube ich, gemacht, ne? Das war halt irgendwie ganz sinnvoll. Jetzt nehmen wir nur 5 daran teil. Ich schaue mal, ob ich ein sinnvolleres Seminar finde. Ja, nämlich das von Eilgard. Da nehmen nämlich nur Leute aus meinem Standard-Team teil. Und ist auch ziemlich gut. Mit Axt kann halt Byleth, Mercedes und Chemier nichts anfangen. Aber Ferdinand, Casper und Petra schon. Und Autorität ist für jeden gut. Deswegen machen wir das mal. Ja. So, L unterrichtet. Dann mal gucken, ob irgendwas aufhört wird. Äh, ja. Aber Axt bringt dir eh nichts, wie gesagt. Aber Autorität Level 4, das ist ganz gut. Ja. Ob es das jetzt wirklich wert war, ist wieder die andere Frage. Äh, aber okay. Wie gesagt, das ist ein bisschen blöd, dass man halt am Ende nicht mehr so viel zu tun hat. Äh, einfach. Aber okay. Es steht eine entscheidende Schlacht bevor. Byleth besucht den Friedhof. Oh. Sorry. Es sieht so aus, dass ich jetzt 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 lasse. Ein Tag, ich hoffe, dass du diesen Ring zu jemandem, den du liebst, auch wie ich sie liebe. Oh, kommt das jetzt? Äh. Kann ich, kann ich Southus das geben? Nee. Ja, ich mein, äh, genau. Ich hab mich da, ich hab mich da falsch ausgedrückt übrigens. Ich dachte, ich dachte ja, das hätte was damit zu tun, äh, wer im Klassenbuch ganz oben ist oder so was. Aber ich darf jetzt einfach halt auswählen, mit wem ich den S-Rang haben will. Das ist es jetzt nämlich. Will ich das jetzt noch machen? Ich, ich, ähm, ich dachte nicht, dass es jetzt schon kommen würde. Aber, okay. Edelgard. Möchtest du eine gemeinsame Zukunft mit Edelgard, mit L? Äh, ja. Schon, ne? Will ich. Okay, aber es hat noch kein, also, es hat schon Konsequenzen, aber wir sehen das noch nicht sofort. Aber ich hab mich halt jetzt schon entschieden. Okay. Alles klar. Gut. Aber dann, würde ich erst mal sagen, oder warte, kann ich jetzt den S-Rang eigentlich machen, einfach so? Ne, das ist automatisch dann irgendwann. Äh, warte bis nach dem Kriegsende, genau. Wenn ich jetzt Linhard oder sowas zum Beispiel gehe, passiert nix, okay. Aber ich hab mich für Edelgard entschieden. Also, ich kenne dann mit ihr, glaube ich. Okay. Also ja, ich würde sagen, dass was hier für diesen Part von Let's Play Fire Emblem für Hause ist, ging sehr schnell vorbei, der Monat. Ähm, und beim nächsten Mal wird dann schon wieder die nächste große Schlacht anstehen. Äh, wir gucken uns nochmal ganz kurz die Beschreibung mal schnell an. Warte mal kurz. Der schwarze Adertrop marschiert gern fördert, um Vordern gänzlich zu vereinen. Die königliche Armee und die Kirche treten ihnen auf der Ebene von Teltien oder irgendwie sowas einem geschichtsrechtlichen Ort entgegen. Genau. Ja, vielleicht ist es sogar doch schon das Finale. Ich weiß nicht genau. Ich glaube eigentlich, dass es noch mindestens ein weiterer Monat kommt. Äh, aber vielleicht ist es doch schon das Finale. Wir werden es beim nächsten Mal dann, oder die nächsten Male herausfinden. Okay. Also dann Leute, eben bis zum nächsten Mal. Ciao. Reach for my hand, I'll soar away into the dawn. Oh, I wish I could stay. 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 Bis zum nächsten Mal.